Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Warum macht ihr das? Für Umbrella? Für Geld? Was springt dabei für euch aus, he? Ihr verletzt mich schwer. Ja, sein, mir geht's auch. Das war's. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Er ist. Arto! Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Auf, Clark. Wir brauchen die Leid. Aufstehen! Kommt hier rüber. Los! Die Ziele sind in Gewahrsam. Schaltet sie aus und bringt uns das Kind. Das können wir tun. Aber erst handeln wir einen Deal aus. Was soll dieses Geschwätz? Ihr habt uns im Stich gelassen. Im Kampf gegen eure POWs. Wir wollen die dreifache Summe und sofort einen Evakuierungshelikopter. Ihr seid wohl übergeschnappt. Wir verhandeln nicht mit euch. Beendet eure Mission. Beendet sie doch selbst. Unser Vertrag mit Umbrella ist hiermit gekündigt. Dann werdet ihr mit Raccoon City untergehen. Das riskieren wir. Ihr wart nicht das erhoffte Druckmittel. Umbrella ist jetzt der Feind. Stoßen wir ihnen den Dolch ins Herz. Was ist mit Cherry? Nimm sie. Wir haben andere Pläne. Wenn wir aus dieser Stadt rauskommen, nehmen wir Umbrella von innen auseinander. Guck! 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 Auf geht's. 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 Auf geht's.